moin moin ihr einschnitt hier und willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft bad wars wir sind diesmal wieder zu zweit unterwegs ich baue ja ich baue auch dir sofort mit ich sammle nur schon mal während du dann gleich sammelst wo müssen wir denn hinbauen in die baue baue schaffe häusle baue ich kann dich über ablösen du kannst jetzt was anderes machen ich habe noch fünf baue ich jetzt erst noch zu ende bring wieder zurück hier ist jetzt ja einiges an bullshit war nicht hier auch irgendwo ein versteckter silberspaw auf der map sehr gut ich kann die nicht aus weiß ich nicht hast du aber wir brauchen gold gold ist interessant mehr nicht durch sich die rüstung mitkaufen mal schauen wenn ich dann überlebe kannst du irgendwo reinpacken oh scheiße hat er mich schon untergehauen die dreck sau pass auf deinen pass auf dass sie nicht rüber rachen und uns das bettchen kaputt machen ja ich da kam gerade keiner drüber alles gut die rüstung liegt hier vor dir beziehungsweise liegt am start dahinten ist er selber spawn sehr gut da kann ich auch eine kiste bauen und schwerter wo ist das bett weißt wo das bett ist oben glaube ich nein ich wollte gerade zu einem rüber rachen und habe versucht das bett kaputt zu machen wurde ich runter gehauen scheiße kann ich alles haben okay ja wir werden jetzt die haben jetzt natürlich gold sachen ist natürlich jetzt richtig scheiße guck mal in die kiste da liegt was für dich so dass wir losgehen ja und hat wir auch gold kriegen da hätte ich schon wieder jemand schon eventuell ist gerade frei findet gefährlich gott da kommt doch einer rüber gerade drei am besten vier gold blöcke wenn du vier gold blöcke hast dann können wir uns einen bogen kaufen plus noch gar keinen soll feilen müssen uns erstmal jetzt die umd kümmern der spawnt ist gold spawnt doch hier in der mitte oder und vorne kommen auch gerade wieder welche stirb stirb ja ich habe einen habe einen gold block dann die du ficker hure und die haben schon feilen und bogen muss ich bin gerade so richtig hart am feiten gegen welche scheiße oh gott ist es sich wieder neu ausrüsten ja die scheiße beim jd kommen jd kommen damit mit pfeil und bogen ist aber hart aller aller das wird uns töten in der tat habt ihr fast runtergeschlagen ja ich kann ja ich kann da nichts machen ich habe gerade kein leben da hat diese durch der ist da oben ich versuche gerade ich baue immer wieder was ab in der zeit versucht ich mal auszurichten ja ich hole dir sachen ich hole dir auch sachen neu ja 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 mit dir nicht einfach nur rüberspringen können baue ich da gerade mal was ab heiße ey wir haben wir den runner am anfang verkackt leider werden bei baum müssen wir hätten da schneller bau rösen müssen wir haben wir eine truhe oder so was geil das ja warte oder gerade drüber was ab über der truhe so jetzt kannst du die auch benutzen zack 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 okay kannst du was holen für dich ok hier ist auch silber ja hier ist unser silber spawn wie viel haben wir denn davon 15 hol uns mal ein schwert und müssen was zu fressen dann müssen wir mal wo ist das bett hier ich weiß nicht wo das bett hier ist ja und eine bessere rüstung brauchen wir doch auch oder ja wir brauchen einiges das bett ist hier oben das ist über uns team blau hat sein bett noch wir müssen jetzt gegen gelb mal ran das ist hier ach das ist da oben da hat er das hingebaut oder was resten und rüstung und silber in der truhe da ist das bett ok ich hab's verstanden oh ja aber das problem ist natürlich ich habe keine ahnung wie halt wo man hier lang bauen muss damit man da dran kommt an die sache ja quasi den blauen folgen die einfach den blauen folgen ja ok weiß ich jetzt weiß mal vorher leider nicht so du hast der sachen geholt ja zack zack da kommt wieder einer wird jetzt und versuchen sie und auch gott wir müssen uns der schütze holen wieso können die sich so viele feile leisten die sitzen ich glaube du musst einmal nur feile kaufen ok müssen uns das schützen er baut sich höher so freundchen und jetzt scheiße man ja und jetzt der geht da ron da oben hin mach mich auch hoch da ist der hoch nein scheiße ich verteidige das Bett alter ich bin zu tot fuck ja ich hab ihn nice ich bin dabei gestorben nein 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 der ist ja nur runtergefallen der ist ja gar nicht gestorben der ist gerade ich hab nix Peter ich halte ihn auf hol die sachen ich hau auch auf ihn drauf wir müssen den nur immer er ist JP's mit scheiße der ist da unten drin wo ist er da unten drin Leute hat die Sau mich da nochmal runter gehauen scheiße man ich hab ihn versucht da runter zu schlagen hat nicht funktioniert fuck Leute ich hab ihn nice ok alter war das jetzt stressig in der Tat ok wir müssen es ja wieder neu ausrüsten hier ey der Bogen ist aber auch echt die Killerwaffe vor dem Herrn ich hol uns zwei Kettenrüstung und ich hol uns wieder die ganzen anderen Rüstung Werter mach ich ich hab schon ein Schwert du brauchst ja keins mitzuholen ok dann mach ich mir eins was brauchen wir noch wenn du Rüstung schon alle geholt hast weiß ich nicht pack mal direkt ein paar mehr Schwerter falls wir wieder angegriffen werden die kommen glaube ich wieder gerade ich meine ich hätte gerade aus dem Augenwinkel gesehen wir brauchen wir brauchen Stuff die kommen wieder die schießen schon wieder mit Pfeil und Bogen das ist übrigens das letzte das ist nur ein Zweierteam die haben halt das Goldding die haben uns jetzt halt in Gold die schießen die ganze Zeit auf uns ähm unser Problem ist ich hol mal hier kurz den Silbersporn ich werd mal versuchen unsere Dingens einzulullen einzubunkern hier ich beschäftige dir in der Zeit oh was ist das denn jetzt was hab ich denn da jetzt für eine Scheiße gemacht oh man scheiße da ja die halten die Mitte war es schwierig da jetzt gegen anzukommen wo sind die denn jetzt ja die sind da oben wir können da rushen lass mal ah ne Scheiße das geht schon wieder ich bin gerade über dir na au Alter ich werd fast runtergefallen uiuiui okay ähm wo ist denn gelb gelb ist links oh 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 scheiße Alter wie gut die zielen können damit ja wow die schießen ja auch die ganze Zeit lass uns da angreifen oder ich muss mich jetzt neu ausrüsten okay dann rüste du dich nur aus rüste du mich auch mit aus ah du hast auch nichts okay oh die kommen okay rüstung und so ist in der Truhe fest du oben ja soll ich mitkommen ja okay scheiße ich komm da nicht dran ja ich beschäftige den der ist down nice 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 sollen wir Gold sammeln oder rückzug wir werden jetzt hier die Seite verteidigen müssen stimmt die haben nix die haben nix echt nicht der ist tot ich verteidige den scheiß Peter du 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 gehst weit Bett abbauen du gehst Bett abbauen geh einfach das Bett abbauen bin dabei geh Bett abbauen geh Bett abbauen ich hab nicht mehr viel dreieinhalb Leben dreieinhalb Leben zweieinhalb drei Leben Peter du musst dich beeilen zweieinhalb Leben ich bin dabei Bett ist weg und wir haben gewonnen wir haben gewonnen Alter wir haben gewonnen Junge easy ist das geil wir sind die Babos wir sind die Babos boah alter boah das hat Adrenalie geladen aber hundertprozentig leck mich am Arsch holy shit das war unsere dritte Folge und wir haben noch keine ist noch keines online während der gerade Aufnahme weil die geht gleich erst in 35 Minuten online die erste ja und wir haben noch keine Tipps bekommen und wir haben schon unser erstes Match gewonnen mega geiles Gefühl Alter ist das geil boah das war ganz schön geil das war ganz schön geil das ist mega gut das pumpt einen richtig ja selbstbewusstsein over 9000 gerade übelst geil ja das war ein wunderschönes Gefühl das ist jetzt erstaunlicherweise mal eine etwas kürzere Folge aber ich will ehrlich gesagt jetzt nicht da noch so eine Runde dranhängen die dann halt scheiße ist ja genau das muss jetzt einfach mal so für sich stehen bleiben richtig wir haben das Statement gesetzt ja wir sind eure Götter Hashtag eure Götter sind wieder frei wir sind auferstanden von den Toten ich hoffe es hat euch gefallen hilft uns natürlich trotzdem weiter mit Tipps und lasst deine Bewertung da haut rein bis dann tschüss tschaui tschaui tschaui